Auch direkt zu dem fünften Mythos, nämlich der Aussage, dass der Westen keine Kriegspartei ist in diesem Konflikt. Der Bundeskanzler Olaf Scholz betont ja auch immer wieder, wie wichtig es ist, dass Deutschland keine Kriegspartei wird im Ukraine-Konflikt. Und dem gegenüber steht jetzt aber das, was kürzlich in diesem Abhörskandal ans Licht gekommen ist, bei dem hochrangige Bundeswehrsoldaten abgehört worden sind. Man kann das Gespräch auch nachhören, es hat knapp 37 Minuten und sie führen da doch sehr brisante, aufschlussreiche Details auf, wie beispielsweise, dass US-Soldaten bereits sich in zivil in der Ukraine befinden, aber auch britische Soldaten sollen vor Ort sein. Und es wird ganz offen über einen Anschlag auf die Kärtschbrücke, auf die Krimbrücke gesprochen und auch darüber, wie man das Ganze vertuschen kann. Herr Kujat, wie sehen Sie das denn? Ist dieses Gespräch der Beweis für Sie, dass das Deutschland der Westen Kriegspartei ist? Für mich war vorher schon klar, dass die Beteiligung, die deutsche Beteiligung, ob nun aus Deutschland oder aus der Ukraine heraus, das spielt dabei keine Rolle, dass die Beteiligung an der Planung und Vorbereitung der einzelnen Einsätze der Schritt ist von der Nicht-Kriegsbeteiligung hin zur Kriegsbeteiligung. Das ist für mich ganz, ganz eindeutig. Und ich glaube, das ist auch die Erkenntnis, zu der der Bundeskanzler gekommen ist. Und deshalb habe ich seine Entscheidung so kommentiert. Ja, und bei den USA, Großbritannien und Frankreich ist das relativ klar. Die sind mit eigenen Soldaten vor Ort, die bedienen ihre eigenen Waffen da. Also nach dem, was Kujat ist, sind die eindeutig Kriegspartei. Das könnte man an der Stelle noch anmerken, wenn man jetzt nicht nur auf Deutschland, sondern auf den gesamten Westen rekurriert. Ich habe gesagt, und das wiederhole ich hier heute, ich halte sie für strategisch absolut zutreffend. Ich sehe sie im völligen Einklang mit unseren nationalen Sicherheitsinteressen. Das ist der Punkt Kriegsbeteiligung, ja oder nein. Und diese Entscheidung lässt keine Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit aufkommen. Das ist ein Punkt, der ja in der öffentlichen Diskussion überhaupt nicht stattfindet. Ich erinnere daran, dass der wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestages in einem Gutachten am 18. März 2022 gesagt hat, Waffenlieferungen ist keine Kriegsbeteiligung, aber bereits die Ausbildung von ukrainischen Soldaten an diesen Waffen, mit dieser Ausbildung verlässt man den gesicherten Bereich der Nichtkriegsführung. Das halte ich für eindeutig. Ich weise auch darauf hin, gerade im Zusammenhang mit der Taurus-Geschichte, dass das Bundesverfassungsgericht in mehreren Urteilen eindeutig definiert hat, was denn eine Kriegsbeteiligung wäre. Ich will das jetzt hier nicht wörtlich wiederholen, weil ich habe den genauen Wortlaut nicht im Kopf, aber es sind die Erwärtsurteile, das letzte ist glaube ich von 2008 sogar, in dem das ganz präzise definiert wird. Danke TAUDI3, dass du ein Abonnement vorgenommen hast an der Stelle. So wie das Bundesverfassungsgericht das festgelegt hat. Das heißt, eine Entscheidung des Bundeskanzlers Taurus zu liefern, hätte zwangsläufig zu einem neuen Verfahren von dem Bundesverfassungsgericht geführt und es wäre das Ergebnis herausgekommen, was ich auch erwarte, nämlich dass es so nicht zulässig ist. Jetzt gab es ja auch einige Experten, Analysten, die gesagt haben, dass im Zuge dieses Abhörskandals, wie hier in Deutschland genannt wird, es eigentlich zu einem Rücktritt von Pistorius kommen müsste. Auch einige haben gesagt, dass Ingo Gerhards, der immerhin der Chef der Luftwaffe ist und der das Gespräch auch initiiert hatte, dass dieser entlassen werden müsste. Wie sehen Sie das denn? Stimmen Sie den dazu oder sehen Sie das alles? Also ich kann das deshalb dazu keine Stellung nehmen, weil man müsste es den direkten Vergleich haben zwischen dem, was in diesem Video oder in diesem Abgehartengespräch gesagt wurde und dem, was das Briefing am letzten Montag im Verteidigungsausschuss in geheimer Sitzung ergeben hat. Das muss man, das müsste man, dazu müsste man in der Lage sein, das direkt miteinander zu vergleichen. Nur so kann man diese Frage beantworten. Und dann kommen wir noch auf den sechsten Mythos zu sprechen. Es wird ja immer wieder gesagt, unsere Medien berichten frei und unabhängig über den Ukraine-Krieg. Russland wiederum betreibt Propaganda. Das haben wir gleich nach Kriegsausbruch, wurden russische Medien in der EU verboten. Russia Today und Sputnik sind seitdem hier nicht mehr zu empfangen. Und ja, zahlreiche Politiker, die für einen Verhandlungsfrieden sind, denen wird unterstellt, dass sie russische Propaganda betreiben. Ja, und Herr Kujat, auch Sie waren lange Zeit ein gern gesehener Gast in den Mainstream-Medien. Ich erinnere mich noch, als ich Sie damals in den bekannten Talkshows gesehen habe. Das ist seit Ausbruch des Krieges, seit dem 24. Februar, nicht mehr so. Also wie verfolgen Sie das, Herr Kujat, als ausgewiesener Experte in dieser Angelegenheit? Wir haben ja eben gerade gesprochen, ob Deutschland ein kriegsbeteiligtes Land ist. Sehen Sie, wir haben ja im Grunde genommen drei verschiedene Kriege. Wir haben den militärischen Konflikt, der in der Ukraine stattfindet. Wir haben einen Wirtschaftskrieg, an dem wir beteiligt sind. Sind wir Kriegsbeteiligte am Wirtschaftskrieg? Das ist, glaube ich, unzweifelhaft. Und wir haben einen Informationskrieg. Und in dem Informationskrieg sind wir auch Kriegsbeteiligte. Selbstverständlich. Also man setzt bei diesem Informationskrieg sogar auf ganz offene Zensur von russischen Kanälen, wie Russia Today oder Sputnik. Also das ist ja eine absolute Grenzüberschreitung, was die EU geschlossen hat. Beispielsweise. Also sowohl Informationskrieg als auch Wirtschaftskrieg kann man ganz klar einen Haken hinter machen. Daran sind wir eindeutig beteiligt. Jetzt ist die Frage, wie stark sind wir in diesem militärischen Konflikt in der Ukraine beteiligt. Und für Frankreich, die USA und Großbritannien kann man ganz klar sagen, sie sind mit eigenen Soldaten vor Ort. Natürlich sind die da beteiligt. Und auch Deutschland wird immer tiefer in diesen Krieg hineingezogen. Ganz eine, naja, es ist keine Entwicklung, die einem zusagen muss als Demokrat. Und wenn man meint, die Werte der deutschen Verfassung hochhalten zu müssen. Aber es ist offensichtlich eine Realität, dass in einem, dass wenn man sich glaubt, in einem Krieg zu befinden, in einer Auseinandersetzung. Frau Baerbock hat das ja sogar selbst gesagt, wir führen Krieg gegen Russland. Ja, vielleicht hat sie unfreiwillig etwas ausgesprochen, was tatsächlich so gesehen wird in der Bundesregierung. Man weiß das ja nicht. We are fighting a war against Russia. Das hat Baerbock ja ziemlich eindeutig gesagt. Und ja, damit entlasse ich euch jetzt mal. Schaut euch den Rest des Interviews gerne selbst an. Signal bekommen, dass es Mittagessen gibt. Also ich bin weg. Deswegen endet die Reaktion hier relativ abrupt. War ein interessantes Interview. Schaut euch, wie gesagt, den Rest gerne selbst an. Wenn ihr es ohne meine nervigen Kommentare hören wolltet, hättet ihr euch auch gleich das Interview direkt bei Flavio von Witzleben ansehen können. Ist wie immer in der Beschreibung verlinkt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.